Ich habe die Ehre und das Vergnügen, im verehrten Publikum die Ringkämpfringen vorzubereiten. Quattroisele Garry Paris, Quattroisele Morissé Paris, bis Klumpfudig London. Ach, Mensch, das ist eine aus Irish Jew. Ach, guck mal, hat die einen schönen Potscher hier. Fräulein Safo Klumpat Berlin. Und Safo Sofa heißt die Madrasse. Fräulein Laura Wuchtig Berlin. Jawohl, Jotty, ganz draußen. Bist du das, sagt du Jot, Fräulein Ungarnianus Ungarn. Quattroisele Soufflé Paris und die Meisterschaftsringerin von Europa, Fräulein Magnesia Herkule. Gerungen wird nach den Regeln des griechisch-römischen Ringkampfes. Das erste Paar ist Klumpfudig gegen Laura Wuchtig. Los! Ach, es ist die Engländerin aber mager. Jawohl, mager. Sie muss ihn mit Gasolin einreiben. Dann wird sie fett. Komm, Mathilde, die Wuchtig geht ja da ran. Sonst, wenn der die Trikots platzt, ist es der Heiler. Du, die Pudding, die spuckt ja. Natürlich, davor ist sie ja Engländerin. Sie spuckt Englisch. Feste, Laura, feste. Feste, Feste, Feste. Was ist denn nie los? Laura kriegt ja keine Luft. Sie hat schon einen Blaukoller. Feste. England, sie. Hallo. Siegerin, Miss Plumpfudig-Longen. In 10 Minuten, 7, 8 Sekunden. Das zweite Paar, Mademoiselle Soufflé, gegen Saffo Klumpfad. Los! Junge, gehen die aber gleich ran. Das ist ja der weibliche Koch. Ah, du seht mal, Fettchen. Das ist mal ja so lange Bratenhände. Weil der ist kein Kochtopf sicher. Das war doch gebraut von Lockenwillen. Sie hat ihn aber bedrohen. Na, Mensch, da schieße, die schärfsten Weiber sind in der Liebe, die schreckt sie. Mensch, geht die ran. Die selber an die Kläse. Sag mal, kannst du gut kicken? Na, Feste, ich liege auf der Brüstung. Guck lieber der Brüstung, gerade in der Brüstung. Sag mal, Lauke, darf denn die Jaretten, die Klumpfakten so schütteln? Nee, nee, nicht so schütteln. Mensch, sonst wird die Milch sauer. Oh, ach, guck doch mal, die Franzosen, die Folietten Willems. Und dann noch ihn. Ja, Willem der Erste und da Willem der Dritte. Sag mal, was haben wir denn immer auf der Bene, was? Globen Sie denn, ich habe meine Bene ins Hohlen? Nee, dann hätten die Schener ausgesucht. Ach, die haben wir aufgewandert. Da haben wir Tränen, die Mäse, was? Hurra, hurra. Mensch, die Klumpfakten, da drückt er das ganze Amelett. Feste Klumpfakten. Feste, feste. Drückt er den Zumbibauch ein. Feste, Feste. Feste, 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 Feste. Vielen Dank.